Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, weiter geht's mit dem Bau meiner Anlage. Diesmal so im Überblick. Wir sind gar nicht in EEP 13, sondern ich habe einfach mal eine kleine Diashow vorbereitet. Denn mit der Planung im Bahnhof Hartenstein, mit dem Betrieb zwischen Hartenstein und dem Kieswerk, sind wir ja soweit fertig. Und auch mal so testweise hier oben der Zugspeicher angeschlossen und so ein bisschen Betrieb in Hartenstein gemacht, dass man da Züge rein und raus und durchschicken kann. Das läuft ja inzwischen soweit alles. Und ja, jetzt habe ich mir viele Gedanken gemacht, um den nächsten Bahnhof, der Hauptbahnhof der Anlage sein soll. Aber gucken wir uns erstmal nochmal ein bisschen die Situation an, was wir denn jetzt so haben. Wir haben an Zügen im Einsatz zwischen dem Kieswerk und Bahnhof Hartenstein. Einmal den VT 98, den Schienenbus, als Personenzug ins Kieswerk. Dann der Materialzug und schließlich der Torf und der Kieszug. Die pendeln hier fleißig zwischen Hartenstein und dem Kieswerk hin und her. Der Betrieb läuft soweit. Es kann auch teilweise automatisiert werden und läuft dann selbstständig ab, sodass man also nur hier im Bahnhof Hartenstein dann jeweils die Einfahrten freigeben muss. Und die Züge machen dann alles selber. Was haben wir noch in Hartenstein oder im Kieswerk? Da haben wir also vier Züge, die da hin und her pendeln. Deswegen habe ich das hier mit so einem Symbol mal gekennzeichnet. Im Bahnhof Hartenstein, da haben wir den Sammelzug, der die aus dem Kieswerk kommenden Torf- und Kieswagen zusammenstellt und mit denen dann rausfahren würde aus dem Bahnhof Hartenstein Richtung Norden in den Hauptbahnhof. Dann haben wir den Brauereizug, der in Hartenstein im Prinzip nur wendet, um in die Brauerei zu kommen und von dort wieder zurückkommt und dann auf die Gelegenheit wartet, auf die Hauptstrecke Richtung Norden dann rauszufahren in den Hauptbahnhof. Dann gibt es den Zechenzug, der hier unten in der Zeche seine Waggons mit Kohle belädt und dann hier an der südlichen Einfahrt von Hartenstein darauf wartet, durch Hartenstein durchfahren zu können und ebenfalls nach Norden raus zu gehen. Und wir haben den Personenzug für die Zeche, der hier in Hartenstein sein eigenes Gleis hat und zwischen dem Hauptbahnhof und Hartenstein pendelt, also hier in Hartenstein immer die Lok umsetzt. Und für diesen Zug ändert sich schon mal der Ablauf. Der wird also nicht zwischen Hartenstein und dem Hauptbahnhof hin und her pendeln und dabei in Hartenstein immer die Lok umsetzen, sondern das wird unser erster Zug, der vom Hauptbahnhof nach Hartenstein fährt und dann weiter die südliche Ausfahrt raus nach Hartenstein, wenn dann die eingleisige Strecke weiter folgt und von dort aus wieder zurückkommt, wieder in Hartenstein hält, an seinem Bahnsteig, an seinem Gleis und dann auch nach Norden rausgeht aus Hartenstein. Das heißt, wir haben dann in Hartenstein drei Züge, die nach Norden rausfahren wollen und dann auch wieder zurückkommen natürlich. Und wir haben aber einen Zug, der pendelt bzw. durchfährt durch Hartenstein immer. Also wenn er von Norden kommt, durch Hartenstein durch, nach Süden wieder raus. Das hier hätte eigentlich auch ein Dingspfeil mit Zweiecken sein müssen, Zweispitzen, der pendelt ja auch. Also wir haben hier dann in Hartenstein erstmal einen Durchgangszug, der durch Hartenstein durchfährt und drei Züge, die in Hartenstein ja kehrt machen und immer wieder nach Norden dann rausgeschickt werden müssen. Zu guter Letzt haben wir oben noch den Zugspeicher, in dem stehen insgesamt sieben Züge, die hin und her pendeln. Also es kommt einer rein und fährt einer raus, auch hier dann in den Norden der Anlage. Und die beiden Strecken liegen hier sehr schön zusammen, nämlich die Strecke vom Zugspeicher und die Ausfahrt Nord von Hartenstein. Liegen hier recht nah beieinander, haben nur einen kleinen Höhenunterschied von 10 Metern, aber das lässt sich ja dann ausgleichen. Dafür haben wir ja hier hoffentlich auch noch Platz. Was haben wir da? Da haben wir nämlich als Durchgangszug die BR-41 mit angehängten Personenwagen, dann die Baureihe 10 mit angehängten Personenwagen vom Typ E30, dann eine Baureihe 41 der Reichsbahn, ebenfalls mit angehängten Personenwagen, dann diese vollverkleidete Lok aus den 30ern mit den passenden Wagen dran und dann die Triebwagenkombination, den österreichischen Blitz, ich glaube auch aus den 30ern, 40ern diese Triebwagenkombi, dann mit einer V200 ein richtiger D-Zug mit damals modernen Personenwagen dran und schließlich der Kohlezug, auch gezogen von einer V200. Die einzige Diesellok, die ich hier in meiner Epoche habe, mal abgesehen vielleicht von kleineren. Da kommen wir dann noch dazu. Das sind diese sieben Züge, die sollen halt auf der Durchgangsstrecke durch den Hauptbahnhof durchfahren. Natürlich dort halten. Und die sollen aber auch vom Hauptbahnhof ab und zu mal eben auch durch Hartenstein durch. Das klappt ja im Betrieb recht gut. Das habe ich ja bis eben oder bis jetzt haben wir ja das mit den virtuellen Gleisverbindungen so gemacht, dass wir hier Hartenstein im Norden und Süden auch an den Zugspeicher angeschlossen haben, sodass die Züge abwechselnd von Norden und von Süden durch Hartenstein durchgefahren sind, damit ich also in Hartenstein auch ein bisschen Betrieb habe. Damit habe ich also folgende offene Enden erstmal auf meiner Anlage, nämlich oben im Norden den Zugspeicher und dann ebenfalls oben im Norden die Ausfahrt Hartenstein-Nord, Aus- und Einfahrt, wo eben vier Züge fahren, hin und her fahren. Einer fährt durch Hartenstein durch, das ist der Personenzug von der Zeche, und drei Züge, nämlich der Sammelzug, der Zechenzug und der Bauereizug, die kommen eben immer aus Hartenstein oder wenden in Hartenstein und wollen immer nach Norden raus. Dann bleibt eben noch die Einfahrt oder Ausfahrt unten Hartenstein-Süd. Für den Hauptbahnhof habe ich mir also gedacht, dass ich da einen Bahnhof haben will mit vier Gleisen oder mehr für Personenzüge, der im Norden angeschlossen ist an eben die beiden eingleisigen Strecken, nämlich einmal zum Zugspeicher und einmal nach Hartenstein-Nord. Und seine südliche Ausfahrt ist dann eine doppelgleisige Hauptstrecke, wo die Züge einfach rausgehen, in den Zugspeicher rein und ein anderer Zug kommt dafür zurück. An das offene Ende Hartenstein-Süd, da wird auch einfach ein Zugspeicher angeschlossen. Allerdings nicht für sieben Züge, sondern da reicht einer für vier Züge. Auch einfach ein Zug, der südlich nach Hartenstein rausfährt, fährt in den Zugspeicher ein und schickt einen der dort stehenden Züge wieder von Süden nach Hartenstein hinein oder hindurch. Die Züge, die hier im Süden von Hartenstein in dem Zugspeicher stehen, das werden alles Züge sein, die durch Hartenstein durchfahren, beziehungsweise Durchgangszüge. Wenn ein Durchgangszug, der normalerweise bisher immer im Zugspeicher landen würde, der kann eben jetzt auch oder soll auch dann vom Hauptbahnhof aus nach Hartenstein einfahren, durch Hartenstein durch, im Zugspeicher im Süden von Hartenstein gewendet werden und wieder von Süden aus nach Hartenstein rein, durch Hartenstein durch und zurück zum Hauptbahnhof und dann eben weiter nach Süden auf die doppelgleisige Strecke, kommt von dort wieder zum Hauptbahnhof zurück und beim nächsten Mal fährt er dann vielleicht einfach Richtung Zugspeicher weiter. Also der Hauptbahnhof soll Richtung Norden zwei verschiedene Strecken bedienen, einmal zum Zugspeicher, einmal nach Hartenstein und nach Süden haben wir aber eine doppelgleisige Strecke, die einfach in einen Zugspeicher hineinführt. Damit ich da schön Betrieb habe und auch abwechslungsreiche Abläufe, damit ich halt auch hier in Hartenstein, denn das ist der Bahnhof, der ja später bespielt werden soll, damit ich hier in Hartenstein einfach möglichst viel Abwechslung habe und aber eben auch genug Verkehr, aber nicht zu viel Verkehr, dass ich hier meine Züge, die in Hartenstein wenden, dass ich die eben auch immer rauskriege Richtung Hauptbahnhof. Das heißt, in diesem Hauptbahnhof brauche ich dann noch zusätzlich ein Passiergleis für Güterzüge, zum Beispiel der Kohlenzug aus dem Zugspeicher und dann kommen für die Züge aus Hartenstein, für die Güterzüge aus Hartenstein, jeweils noch Rangierbereiche dazu, beziehungsweise ein Rangierbereich, in dem jeder dieser drei Züge seine Aufgaben abarbeitet, nämlich der Sammelzug, der kommt ja mit insgesamt vier Wagen, zwei Torf, zwei Kies aus Hartenstein und hier könnte man zum Beispiel das mit einer kleinen Verladung so machen, dass die beiden Torfwagen in einen Güterwagen, in einen moderneren Güterwagen, umgeladen werden und genauso der Kies aus den zwei alten Wagen auch in einen modernen Schüttgutwagen umgeladen wird. Dann kommen noch die drei Wagen vom Brauereizug dazu und auch der Zechenzug, der hat ja acht alte Wagen mit Kohle dran, die könnte man eben im Hauptbahnhof auch in modernere Güterwagen umladen, auch wieder dann zwei in einen oder drei in einen, sodass man dann drei Bierwagen, einen Torfwagen, einen Kieswagen und vier Kohlewagen hat und damit einen eigenen Güterzug im Hauptbahnhof zusammenstellen kann, der dann auf die Strecke geht, nach oben, also nach Norden in den Zugspeicher oder nach Süden in den Zugspeicher dann rausfährt und wieder zurückkommt und dann eben wieder die Güter abholt, die Bierwagen an den Brauereizug übergibt und so weiter, sodass wir da auch schön Abläufe haben zum Automatisieren und halt auch zum Zugucken. So ein bisschen soll die Anlage ja beides bieten. Teilweise selber spielen, teilweise auch einfach zugucken. Dann werden auf der Durchgangsstrecke durch den Hauptbahnhof zwischen den beiden Zug speichern, Da kommen noch zwei weitere Güterzüge dazu, auch jeweils von einer V200 gezogen, nämlich einer mit Ölwagen und einem Kühlzug, damit wir den Zugspeicher im Süden, damit der nicht nur leer ist, sondern auch da Züge drin sind, vielleicht noch weitere Personenzüge, so maximal dann aber einer oder zwei. Weitere zusätzliche Züge sind dann ein Post- und Güterzug, der nach Hartenstein fährt, eventuell weiter, das weiß ich noch nicht, der aber eben vom Hauptbahnhof losfährt und Post nach Hartenstein bringt. Ich habe ja in Hartenstein, wenn er euch jetzt mal noch erinnert, oder im Forum euch mal ein Bild anguckt von dem Bahnhof Hartenstein, da habe ich ja nicht nur das normale Empfangsgebäude, sondern eben ja noch den alten Bahnhof, das alte Empfangsgebäude, das jetzt eben als Güter- und Postzentrum genutzt wird, am ersten Gleis. Und da bietet sich das eben an, so einen kombinierten Güter- und Postzug vom Hauptbahnhof nach Hartenstein zu schicken und auch wieder dann zurückfahren zu lassen. Der kann natürlich auch von Hartenstein dann aus weiter die Strecke versorgen, oder Ortschaften entlang der Strecke versorgen, würde also dann durch Hartenstein durchfahren, irgendwann wieder zurückkommen und dann auch durch Hartenstein durchfahren Richtung Hauptbahnhof und dann auch vom Hauptbahnhof wieder zurückkommen, in Hartenstein wieder halten, seinen Krempel abliefern und die Strecke dann weiterfahren wieder. Ja, das ist es soweit. Damit haben wir eigentlich für den Hauptbahnhof schon eine ganze Menge Anforderungen und Möglichkeiten und was ich da so bauen und planen will, zusammengetragen. Habe ich mir jetzt noch ein weiteres Bild vorbereitet? Nein. Wie habe ich das Ganze hier gemacht? Vielleicht auch noch mal kurz erklärt. Ich habe einfach ein Screenshot aus der 2D-Ansicht gemacht in EEP und habe das hier halt als Hintergrund genommen für eine Grafik in Photoshop. Man kann sowas auch in GIMP machen. Also ein Grafikprogramm, wo man einfach mehrere Ebenen hat. Und da ist dieser Ausschnitt aus der 2D-Ansicht mit den Gleisen einfach der Hintergrund. und davor oder darüber habe ich dann halt diese ganzen Elemente jeweils eingeblendet, das Ganze dann als ein Bild, als ein neues Bild extra abgespeichert, dann weiter ergänzt und wieder abgespeichert. Und so habe ich halt einen ganzen Stapel Bilder in einem verzeichnet, die ich jetzt hier mit der Windows-Fotoanzeige einfach wie eine Diashow durchblättere. Ich hätte auch ein Präsentationsprogramm nehmen können und habe halt hier dann zum Beispiel die Bilder für die einzelnen Züge extra gemacht und als Ebene dann von meinem Hintergrund jeweils verwendet. Und so habe ich mir hier das Ganze zusammen gebastelt. Ja, ihr seht, wir haben also noch so einiges zu tun. Also ich habe hier noch so einiges zu tun. in den Hauptbahnhof und dann da auszugnobeln. Im Prinzip soll er also vier Gleise haben. Nach Norden hin sind zwei eingleisige Strecken angeschlossen. Einmal in den Zugspeicher, einmal nach Hartenstein. Und nach Süden ist es eine doppelgleisige Strecke. Es ist, glaube ich, nennt man das, glaube ich, dann ein Zweigbahnhof oder Abzweigbahnhof, wo sich die doppelgleisige Strecke von Süden kommt, teilt in zwei Strecken, die nach Norden weiterführen. Eingleisig dann allerdings. Und ja, dann kommt noch halt so einiges dazu. Wie gesagt, ein Passiergleis für Güterzüge, dann ein Rangierbereich für die Züge, die aus Hartenstein kommen und dort zu einem neuen zusätzlichen Güterzug zusammengestellt werden. Und damit auf der Durchgangsstrecke auch schön viel los ist, kommen dann noch zwei Güterzüge dazu. Einer mit Ölwagen, einer mit Kühlwagons, Post- und Güterzug für Hartenstein. Wahrscheinlich noch weitere Personenzüge, auch für Hartenstein und die Strecke nach Hartenstein. Aber das werden wir dann alles jeweils sehen. Ja, bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Er empfiehlt mich weiter. Tschö, mit Öl.